Herr Professor Ruppert, schönen guten Abend, grüße Sie. Schönen guten Abend, Herr Tegruber. Schön, dass wir uns unterhalten können. Ich danke Ihnen, es ist 21 Uhr. Sie sind sehr, sehr beschäftigt von der Pension weit entfernt. Meine Frage wäre jetzt, was motiviert Sie, mit so einem Engagement und so einem Antrieb so aktiv zu sein? Ja, glaube ich, weil ich einfach bestimmte Wahrheiten gefunden habe, die unheimlich nützlich sind für unser Leben. Das kann ich Ihnen bestätigen, auch für meine eigene Person. Also seit ich weiß und vielmehr Bescheid weiß, wie unsere eigene Psyche entsteht und wie sie sich entwickelt und wie das ganz früh anfängt, die Grundlagen zu legen, wie wir uns dann letztendlich auch als Erwachsene verhalten. Das hat ganz viel zu tun, was wir als Ungeborene, als Menschen im Geburtsprozess und das Jahr danach erleben. Und das ist für mich so ein fundamentales Wissen, das ich natürlich gerne teile, weil es hat ganz viel damit zu tun, wie gesund, auch körperlich gesund, psychisch gesund wir sind und ob wir letztendlich, jetzt sage ich mal auch ein bisschen vom Begriff her, ob wir leben, also wirklich unser Leben führen oder bloß irgendwie überleben. Und das ist so ein Wissen, das habe ich gefunden, das habe ich mittlerweile auch schon in zehn Bücher reingeschrieben und das möchte ich natürlich teilen, das möchte ich auch mit allen anderen Menschen gerne teilen. Vom Beruf her sind Sie Psychologe, oder? Ja, ja, also ich habe die Psychologie studiert, habe Diplomungen gemacht und dann nachher noch die Promotionen. Jetzt bin ich Professor an einer Hochschule und habe eine eigene Praxis auch und habe also im Zuge auch dieser praktischen Tätigkeit, habe ich über die letzten 20 Jahre eine eigene Theorie entwickelt, die nenne ich identitätsorientierte Psychotraumatheorie, die ich dann praktisch umsetze, mit der Anliegenmethode, so nenne ich das, und dann eine identitätsorientierte Psychotraumatherapie mache. Da steckt, in dem Begriff steckt ja schon ganz viel drin, Identität. Identität ist die Frage, wer bin ich und was will ich? Psyche, da muss man dann auch definieren, was ist eigentlich die menschliche Psyche? Hier hängt auch das Thema Psyche und Körper miteinander zusammen. Und dann letztendlich auch Trauma und die Frage, was ist eigentlich, inwiefern kann unsere Psyche traumatisiert sein? Was hat das für Konsequenzen? Und ja, und wie kann man das dann wieder heilen? Also wie kann man das Menschen dazu verhelfen, dass sie aus ihrer inneren Spaltung, was ja ein Psychotrauma bewirkt, herausfinden, was sie dann auch teilweise blind macht für die Realität, in der sie sind, dass sie wieder sehen können, wie es wirklich ist und es auch akzeptieren können, auch wenn es manchmal nicht ganz angenehm ist, das zu erkennen, wie es die Realität wirklich ist. Aber das ist immer die Grundlage, sich dann zu befreien, sich auch von alten Ängsten und Mustern zu befreien, wo man auch so in früheren Ängsten drinsteckt und diese früheren Ängste auf das Heute überträgt. Und wenn man da das klärt, dann hat man einfach viel freieres Leben. Ich kann das jetzt zum Beispiel auch bestätigen, habe neulich mal für mich selber eine therapeutische Arbeit nochmal gemacht, im Zusammenhang mit diesem Thema, mit diesem Virus-Thema, dem Corona-Thema. Was ist das eigentlich, was bedeutet es für mich? Und dann habe ich das auch entdeckt in mir, dass da auch noch so Todesängste waren aus dem ersten Lebensjahr, wo ich fast verhungert wäre. Und ja, und seit mir geht es mir viel leichter. Ich atme zum Beispiel auch schon, habe das sofort gleich gemerkt nach dieser Arbeit. Mein Atem ist leichter, es ist wie wenn so ein Druck von der Brust weg ist und so. Also das sind so Erfahrungen, die ich mache, die ich selber mache und die auch andere Menschen mit mir arbeiten machen. Und von daher will ich dieses Wissen natürlich gerne teilen. Jetzt wäre es in der Situation ja so, dass man eine ganz schnelle Veränderung hat, raus aus der Komfortzone. Ich meine, die Welt ändert sich und natürlich sind damit Chancen auch verbunden, die jetzt natürlich oft einmal noch nicht sichtbar sind. Aber was für uns die Spannende wäre, und das ist eben der Wunsch gewesen, Sie als Experte, was passiert in der Psyche, was macht die Situation, was wäre so eine konstruktive Handlung, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, aber was sollten die Leute tun, dass sie da möglichst in eine konstruktive Haltung kommen in der jetzigen Situation? Ja, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man jetzt machen kann. Zum einen kann man sich immer fragen, was löst es jetzt aus? Also diese, dass man sagt, da gibt es jetzt ein Virus, der wird noch als Feind definiert, komischerweise. Also ja, was löst es jetzt in mir aus? Und was bedeutet das jetzt für mich? Habe ich jetzt da Angst oder habe ich da jetzt Mitleid mit Menschen, die tot sind? Oder habe ich jetzt plötzlich die Vorstellung von Leichenbergen und was macht das alles mit mir? Also das kann man sich zuerst mal fragen. Warum ist es so, dass ich mir dazu jetzt bestimmte Vorstellungen mache oder bestimmte Gefühle hochkomme? Das ist der eine Punkt, das zu klären. Zum anderen kann man die Situation auch nehmen, mal sich mal zu überlegen, was ist das eigentlich alles, so ein Virus? Und habe ich dann jemals mal was davon schon gehört und gelesen und sich da schlauer machen? Was gibt es denn für verschiedene Viren und Virentypen und so? Und was ist der Unterschied zu Bakterien? Und dann, was ich immer auch empfehle, jetzt im Moment viel zu lesen über unser Immunsystem. Also sich mal schlau zu machen, was ist denn das, was wir da in uns haben? Dieses sehr, sehr komplexe, sehr, sehr intelligente, hocheffiziente Immunsystem, da mal was darüber zu lesen und Bücher zu lesen. Und man kann sich auch jetzt über das Impfen generell mal Gedanken machen, was ist das eigentlich eine Impfung und wirkt die oder wirkt die nicht? Kann die Nebenwirkungen haben? Also kann man sich auch ganz viel sozusagen bilden und aufklären und so. Und was ich jetzt vor allem auch mache, ich führe Dialoge, ich führe Gespräche und gerade auch Menschen, die jetzt vielleicht anderer Meinung sind wie ich, weil ich habe ja auch so meine bestimmte Meinung jetzt im Moment, dass ich die dann anrufe und sage mal, was hast du eigentlich für eine Erfahrung gemacht? Und was ist dein Wissensstand, dein Kenntnisstand? Was hast du für eine Spezialqualifikation jetzt zu diesem Thema? Kannst du mir weiterhelfen? Da rufe ich dann zum Beispiel Ärzte an oder sagen wir, wie sieht es in der Praxis jetzt bei dir aus und so? Oder Krankenschwestern, wie ist es bei euch in der Klinik? Wie schaut es aus? Also man kann sich, also ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich selbst informiert. Also dass man sich nicht nur sozusagen das reinzieht, was jetzt gerade in den Medien da, in den Zeitungen oder auch in den Fernsehen und Nachrichten gebracht wird, sondern sich selbst ein Bild von der Welt macht und selbst möglich mal schaut, auch seine Quellen mal überprüft, was sind die verschiedenen Quellen und dann halt auch mit den Menschen reden, die jetzt gerade Erfahrungen machen. Und jeder hat da so eine bestimmte, ja, Kenntnis und auch eine bestimmte Weisheit zu dem Thema. Und das finde ich auch wichtig, dass man da in Dialog tritt und nicht jetzt da in so eine Freund-Feind-Schema schon wieder verfällt und sagt, ja, du bist mein Gegner, du bist mein Freund, sondern jetzt mal jeden Menschen eigentlich als gewisserweise auch, jeder hat eine Qualifikation, wo er jetzt irgendwas beitragen kann zu einer aktuellen Diskussion. Wir wissen ja sehr viel über die Welt und außerhalb unseres Planeten, aber wir stellen halt schon fest und wir sind ja sehr leidenhaft als Verbinder unterwegs mit Experten, um Energien zu bündeln. Desto näher das kommt zu mir, desto weniger weiß ich Bescheid und ich selbst kenne mich oft einmal am wenigsten. Was wäre da jetzt ein Zugang, also ein innerer Dialog, stille Ruhe ist für viele eine Herausforderung und das wäre ja jetzt möglich, neue Türen aufzumachen und mich intensiver kennenzulernen. Ja, also ich stelle ja fest, auch in der Hochschule, wenn ich jetzt meine Studenten frage, sagt mir doch mal, was denkt ihr denn, was ist die menschliche Psyche? Du darfst mal schweigen, ah, das hat was mit Gefühlen zu tun, das hat was mit Bewusstsein zu tun, das ist die Seele, das ist das Selbst. Also man merkt so, die meisten Menschen haben überhaupt nur ganz rudimentäre Vorstellungen von ihrer Innenwelt, auch wie die sich entwickelt, wann sich das eigentlich entwickelt, unsere Psyche und so. Also das finde ich ganz spannend und einer meiner Ziele auch, ja, auch aus meiner Aufklärungsziele ist, dem Menschen mehr bewusst zu machen, was diese Innenwelt ist, auch Begrifflichkeiten dafür zu haben, damit man da nicht so herumstottert, sage ich mal, was ist denn gleich deine Psyche? Und da habe ich ja in meinen Büchern einiges da mal reingeschrieben, wo ich denke, wenn man sich das mal auch anschaut und mal durchliest und mal sagt, okay, aha, so kann man auch das Innenleben auch beschreiben und dass sich jeder mal so vielleicht auch seine eigenen Gedanken macht, wie er das jetzt gerade im Moment macht und wie zufrieden man da auch mit ist. Man stellt auch fest, dass manche Menschen immer noch in der Abwehr leben, also in der Abwehr, ja, meine Innenwelt und so, das Psycho-Quatsch brauche ich doch nicht und so und immer nur eher im Außen sind, aber ich glaube, das ist eine der ganz, ganz wesentlichen Dinge, die wir Menschen noch lernen müssen. Ja, wir wissen, wie der Mond ausschaut, die Mondoberfläche und teilweise wie der Mars, aber wie die Innenfläche ausschaut in uns selber, in dieser Innenwelt, da haben doch die allermeisten Menschen noch sehr wenig Ahnung darüber und deswegen finde ich das ja auch ganz, ganz wichtig, dich das mal mehr zu klären und da auch wirklich auch klare Worte dafür zu haben und nicht nur so, sage ich mal, so ein bisschen Wischi-Waschi, ja, also was man ja sonst so leicht dann auch machen könnte, sondern wirklich ganz klar, was ist denn deine Psyche, deine Innenwelt? Welche Begriffe hast du dafür? Und was sind die überhaupt Gefühle? Wir reden zwar immer über Gefühle, aber dann geht es über Liebe. Viele Menschen können auch Liebe nicht definieren, obwohl es so ein wichtiges Thema ist. Oder Sexualität, was ist das? Kannst du es definieren, ja? Also ich habe da eben, wie gesagt, zehn Bücher geschrieben über Angst, Liebe, Sexualität, über Gefühle, über auch die Wichtigkeit eines, sagen wir mal, des Denkens, der verschiedenen Formen von Denken und so und Erinnerungen. Was ist überhaupt Erinnerungen? Was kann man erinnern? Was kann man nicht erinnern? Ab wann kann man sich erinnern? Ist alles, was man sich erinnert, ist das alles ein großes Bildhaftsein? Oder gibt es eben auch Zellerinnerungen? Gibt es auch Organerinnerungen? Etwas und so. Also das sind so viele spannende Fragen, ja. Und ja, auch diese Zeit, die man jetzt im Moment hat, kann man vielleicht auch dazu verwenden, um sich mehr über das eigene Innenleben dann bewusst zu werden oder schlau zu machen. Und ja, das hat einen großen Gewinn, weil es ist auch einer meiner Grundthesen, die ich sage, wie im Innen, so im Außen. Also wenn deine Psyche, sagen wir mal, gut, wenn deine Psyche gut in Ordnung ist, also im Sinne von, die ist nicht traumatisiert, die ist nicht gespalten, du musst deine Erinnerung nicht verdrängen und so weiter, ja. Also wenn das Innere in Ordnung ist, dann ist auch das Außen in Ordnung. Und wenn du in dir selber ein Chaos hast, ein Chaos von Gefühlen und von Gedanken und von Erinnerungen und so, dann kann man sich sicher sein, dass man auch dieses Chaos ins Außen hinein verbreitet, ja. Dass man sein inneres Chaos, seine unbewältigten Ängste, seine Liebesillusionen, seine Schamgefühle, was auch immer, dass man die nach außen bringt und dann auf andere Menschen projiziert, was ja im familiären Kontext natürlich sehr leicht stattfindet. Also Eltern, die in einem inneren Chaos leben, die ziehen Kinder unweigerlich in ihr Chaos hinein und übertragen dann quasi ihr Chaos auf die Kinder bzw. die Kinder, weil sie ja mit ihren Eltern in der Verbindung stehen wollen, die saugen dann aus dem Chaos der Eltern sozusagen sich selber wieder mit voll und ja, dann geht es halt so weiter. Deswegen ist immer gut, auch wenn es Kindern schlecht geht, nicht die Kinder zu therapieren, sondern erstmal zu sagen, okay, auf was reagieren die von ihren Eltern? Und das heißt dann die Eltern, das heißt Indikator nehmen und sagen, okay, wenn es meinen Kindern schlecht geht, vielleicht ist ja in mir etwas, was ungelöst ist und mein Kind zeigt es mir und spiegelt es mir auf diese Art und Weise wieder. Wie Sie sagen, es spiegelt. Es ist noch interessant, wir gehen eher den umgekehrten Weg. Man sagt, es außen soll ideal sein, dann geht es mir auch gut. Genau der falsche Ansatz hat es mir umgekehrt, der nicht funktionieren kann, weil das Weg zeigt es ja. Absolut, da haben Sie völlig recht nicht. Es funktioniert nicht. So habe ich früher auch immer gedacht. Ich war ja auch früher so politisch unterwegs und kritisch unterwegs und gesagt, ja, mir kann es nur gut gehen, wenn die Welt gerettet ist, also wenn die Welt verändert ist und so. Bis ich dann gemerkt habe, so ein Krampf, also so ein Unsinn. So wird es nie funktionieren. Du musst schauen, dass du deine Innenwelt in Ordnung bringst und dann kannst du um dich herum auch eine Gesellschaft, auch Beziehungsstrukturen, auch Arbeitsstrukturen um dich herum schaffen. Die sind dann okay und in denen fühlst du dich dann auch wohl, weil du nach dem Prinzip der Resonanz ja auch dann die Leute anziehst, die Ähnliches wollen und die ähnlich so unterwegs sind wie du. Also man kann ja sagen, also Negativität zieht Negativität an, sieht man auch in der Paarbeziehung. Also Menschen, die so innerliches Chaos haben, die ziehen natürlich auch automatisch Partner an, die genauso chaotisch sind. Und dann wird gemeinsam weiter das Chaos verbreitet, während umgekehrt Menschen, die wissen, was sie wollen, also in ihrer Identität sind, die sagen, ich will das und das, die ziehen auch genau dann wieder andere Menschen an, die ähnlich sind und Ähnliches suchen. Also so wie man auch sagen kann, Destruktivität zieht Destruktivität an und Konstruktivität zieht Konstruktivität an. Das ist auch interessant, viele wünschen sich ja Frieden und wenn man dann sagt, wie geht es denn dir, mit dir, hast du den Frieden bei dir, dann merkt man im Grunde schon, wenn jeder bei sich selbst aufräumt und mit sich selbst ein Reinen ist, dann ist es überall die Straße gekehrt. Sie haben da sehr viele Themen angesprochen und auch Umhängen von Büchern geschrieben. Jetzt hätte ich eine Frage, wollen Sie, Herr Professor, in einem Satz vielleicht einmal sagen, was für Sie Liebe ist? Ja, Liebe ist zweierlei. Liebe ist meine Fähigkeit, dass ich leben kann, dass ich in ein liebevolles Verhältnis, ein wohlwollendes, positives, warmes Verhältnis zu einer anderen Person treten kann. Aber ich kann genau zu diesem Tier oder auch in der Pflanze. Ich habe zum Beispiel heute so einen kleinen Kiefer, so einen Latschenkiefer umgepflanzt, von so einer ganzen dunklen Ecke bei unserem Haus, habe ich sie woanders hinschönt. Und dann habe ich mich gefreut. Jetzt tue ich etwas Gutes für diese Pflanze, die immer so vor sich hin kümmert und habe sie noch gestreichelt. Also ich kann auch quasi zu allem so ein liebesvolles Verhältnis haben. Also ich habe ein Liebespotenzial und um mich her habe ich ein Liebesbedürfnis. Ich will auch von anderen eben auch entsprechend behandelt werden, liebevoll angeguckt werden, liebevoll in den Arm genommen werden und ja, dass andere auch liebevoll sozusagen das begleiten, was ich mache und so. Also das ist für mich Liebe. Liebe ist eine Fähigkeit von jedem von uns und Liebe ist ein Bedürfnis, das wir haben. Und das Wort Liebe, wäre das Zuwendung, wäre das freudvoll oder was wäre das Wort Liebe? Was ist Liebe überhaupt? Naja, die Liebe, das ist ein Substantiv von dem, was ich vorher gesagt habe, lieben können und geliebt werden wollen. Und Liebe, das geht ja los mit der Mutter-Kind-Beziehung. Das heißt, in der Mutter-Kind-Beziehung ist eben die Frage, liebt eine Mutter ihr Kind? Das heißt, möchte sie das Kind überhaupt haben, will, dass dieses Kind da ist? Ist sie in der Lage, diesem Kind Zärtlichkeit zu geben, diesem Kind Aufmerksamkeit zu schenken, diesem Kind zum Beispiel auch ihre Brust zu geben und nicht zu sagen, ah, das Kind sagt mich aus, sondern ganz gerne das zu tun, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen, sowohl die symbiotischen Bedürfnisse des Kindes nach Blickkontakt, nach Hautkontakt, nach Körperkontakt zu befriedigen, als auch die Autonomiebedürfnisse des Kindes dann zu erkennen, wann will das Kind in Ruhe gelassen werden, wann will das Kind alleine Dinge machen und wann will das Kind sozusagen auch sich selber mal ausprobieren und so. Also das ist das, was eine liebevolle Mutter einem Kind geben kann. Ich sage es in der Therapie, erkennt man das ja auch immer so, dass das Kind wird durch die Mutter gespiegelt, emotional gespiegelt. Und das ist das, worüber die meisten Menschen, mit denen ich therapeutisch arbeite, die leiden darunter, dass sie eine Mutter haben, die nicht in der Lage ist, diese emotionale Spiegelung, also die auch nicht in der Lage ist, kann man so sagen, sich vom Kind lieben zu lassen. Die das Kind vielleicht versorgt, aber nicht in den emotionalen Kontakt gehen kann, weil sie eben eigene Traumaerfahrung gemacht haben, weil so viel Schmerz in ihr noch unerlöst ist und deswegen kann sie das gar nicht in den Kontakt, diesen emotionalen Kontakt mit dem Kind gehen oder sie will das Kind auch nicht, lehnt es eigentlich immer ein Stück weit ab und dann verweigert sich dem Kind auch diese emotionale Spiegelung. Und das, wenn eine Mutter macht, dann ist es so etwas von toll für das Kind, wenn es sich von seiner Mutter emotional gespiegelt fühlt, wenn sie merkt, aha, meine Mutter, die erkennt meine Gefühlslage, die erkennt, wenn ich Angst habe, die erkennt, kann ich auch damit umgehen, wenn ich wütend bin, die beschämt mich nicht und so weiter. Also das sind so das, wo Liebe dann beginnt in unserer Entwicklung und dann geht es eben weiter, entweder du hast hier am Anfang diese guten Erfahrungen mit der Liebe gemacht und dann überträgst du das auch, dann überträgst du das auf deine Spielkameraden, später dann auf die Partner und dann, wenn man Eltern ist, wieder auf die Kinder und wenn das in dieser Anfangszeit, wenn du da gescheitert bist mit dem Thema Liebe, dann schalterst du in der Regel auch an allen anderen Beziehungen, intimen, nahen Beziehungen in puncto Liebe. Und dann hast du immer das Problem, dass du eigentlich Liebe an der falschen Stelle auch erwartest, dass du teilweise kindliche Liebesbedürfnisse auch in deine Partnerschaft einbringst, kindliche Liebesbedürfnisse auch in deine Elternschaft einbringst, damit dein Partner überforderst, damit deine Kinder überforderst. Also Liebe kann man ganz genau definieren, das ist überhaupt kein Rätsel für mich mehr. Sie sprechen immer von der jüngsten Kindheit, der Geburt. Wir haben eine ganz interessante Hebamme bei uns im Team als Botschafterin Erika Pichler. Sie hat auch ein sehr eindrückliches Interview gegeben dazu, wie wichtig und prägend diese Erstphase ist. Hat Liebe auch mit Vertrauen zu tun? Absolut, natürlich. Weil wenn du jetzt deiner Mutter nicht vertrauen kannst, wenn du deiner Mutter vertrauen kannst, das ist sowas Fundamentales, dann hast du sowas wie ein Urvertrauen. Und dieses Urvertrauen mit dem Urvertrauen gehst du dann in andere Beziehungen auch hinein. Wenn es aber umgekehrt ist, du kannst deiner Mutter nicht trauen, weil die dich ablehnt und weil du dir zu laut bist und zu viel bist und weil sie dich anders haben will, als du bist. Zum Beispiel, da gibt es ja manchmal die Situation, da kriegt eine Frau ein Kind und es ist dann ein Junge, aber es soll ein Mädchen sein oder es ist ein Mädchen, es soll ein Junge sein. Und dann kannst du es ja nie richtig machen, das kannst du ja nie irgendwie erfüllen im Grunde. Also wenn du da schon so eine Verfahren machst, du kannst deiner Mutter nicht trauen. Oder ist ja auch so, manche traumatisierten Mütter sind ja manchmal nett und ganz freundlich und so. Und dann kann irgendwas sein, was sie triggert, dann kommen sie in ihre Traumagefühle, dann schalten sie um in ganz extremen Überlebensstrategien, sind unzugänglich, sind kalt, sind abweisend, sind wütend, was auch immer. Und du als Kind stehst dann da, was habe ich jetzt falsch gemacht, was liegt das an mir und so. Also so, dass du dann auch völlig unsicher bist, kann ich jetzt ja trauen oder kann ich nicht trauen und so. Also das sind alles aus der Therapie heraus natürlich Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und wenn also dieses Urvertrauen, gerade in der ersten Beziehung, Bindungsbeziehung, also gerade zur Mutter nicht gelingt, dann hast du dein Leben lang Schwierigkeiten mit dem Thema Vertrauen auch. Wobei die Mutter oder sage ich mal oder unterstelle ich den Müttern, dass sie immer das Beste tun. Das dürfte einfach ein tiefliegend automatisierter Reflex sein, der da auch dann rauskommt, wenn es eben so emotionale Unterschiede gibt und Abwehrhaltung und andere Vorstellungen. Jetzt weiß ich nicht, ob die Mütter automatisch das Beste sind, glaube ich nicht. Dass das gar nicht so bewusst gewollt ist von den Müttern, sondern dass das einfach ganz tiefliegende Muster sind, die du einfach ausgelöst und trickert werden, oder? Naja, es gibt ja manche Frauen, die werden schwanger von einem Mann, den sie nicht lieben, oder sie werden auch geschwängert in Kriegszeiten oder sonst was, oder wollten zu dem Zeitpunkt gar nicht. Also ich meine, das ist schon ganz klar, dass manche Mütter, die wollen einfach das Kind nicht haben, das sie haben. Ich habe ja so viele Menschen auch in meiner Therapie, die haben Abtreibungsversuche überlebt. Und wo es ganz klar ist, dass die Mutter einfach nie Ja gesagt hat zu dem Kind. Also da muss man jetzt nicht so einen Mutteridealismus haben, jede Mutter liebt ihr Kind und jede Mutter macht das Beste, sondern ganz realistisch, wie ist bei meiner Mutter und dieser Frau XY im Behältnis zu ihrem Kind, ganz realistisch hinschauen, wie ist das Kind entstanden und wie ist die Haltung der Mutter zu diesem Kind. Also nicht jetzt so einen Mutteridealismus aufbauen, sondern ganz realistisch bleiben die verschiedenen Fälle, die es da halt nur gibt. Und es gibt manche Mütter, die tatsächlich, die kenne ich ja auch, die haben sich wirklich gesagt, ja und sie wollen Kinder oder sie freuen sich drauf und wünschen Kinder, aber aufgrund ihrer Traumatisierungen sind sie einfach nicht in der Lage. Die hätten vorher entweder dann ihre Traumatisierungen erst noch bewältigen, bearbeiten müssen oder zumindestens dann in der Zeit, wo die Kinder da sind, dann daran arbeiten, dass sie aus ihren Traumamustern herauskommen, damit sie überhaupt eine Chance haben, in einen wirklich guten Kontakt mit dem Kind zu kommen, auch und selbst wenn sie dann das Beste wollen, also ich kenne jetzt viele Mütter, so auch moderne Mütter, die dann sagen, ja wir wollen die Kinder nicht mehr erziehen, wir wollen Beziehungen zum Kind haben und so und das funktioniert hint und vor nicht. Die Kinder sind krank, die haben körperliche Erkrankungen und so weiter, weil eben die Kinder auf das Emotionale reagieren und dann arbeite ich mit solchen Müttern und dann stellt sich zum Beispiel heraus, die haben zum Beispiel ihr sexuelles Trauma noch nicht aufgearbeitet, die sind immer noch am Verleugnen eines sexuellen Traumas, das sie in ihrer Kindheit erlebt haben und deswegen können sie auch körperlich emotional für das Kind gar nicht da sein und die Kinder spüren das aber, ja. Und so muss man halt in jedem Einzelfall, muss man da hinschauen und ich bin immer so eher skeptisch über so ganz allgemein, so ganz allgemeine Prinzipien, dann muss man es im Einzelfall, muss man sich schon hinschauen. Ich verstehe, aber so ein traumatisiertes Kind oder ein unerwünschtes Kind, wenn sie das löst, das Trauma kann schon ein gelingendes Leben dann führen oder ist das Urvertrauen, fällt das dann immer ein Leben lang? Na Gottes Willen, sonst wäre ich ja nicht Therapeut und würde jetzt ja auch gar nicht so in die Öffentlichkeit gehen und ich sage, ich habe von Malz verloren, wenn du am Anfang sozusagen nicht gewollt bist und traumatisiert bist, dann ist dein Leben zu Ende. Nein, 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 genau deswegen sage ich ja, mach mir eine Therapie, damit wir also herankommen, was sind denn die wirklichen Ursachen, warum es einem Menschen schlecht geht, warum er jetzt körperliche, psychische Probleme hat, Beziehungsprobleme hat, auch vielleicht in seinem Arbeitsleben Probleme hat und so. Und dass wir dem auf den Grund kommen mit meiner Therapie nicht, weil Traumatheorie ist eine Ursachentheorie. Das ist ein Unterschied zu einer, es gibt ja viele Psychologien, die sind eher am Symptom orientiert und versuchen Symptome zu beseitigen. Ich sage, jedes Symptom ist einfach erst mal ein Indikator, dass es eine Ursache gibt, die noch nicht gelöst ist und das ist eine traumatische Ursache und dann schauen wir, gehen wir dem Ganzen auf den Grund und sagen, was ist jetzt dein Trauma, meistens sind es ja nicht nur eines, mehrere Traumata, die sich im Laufe des Lebens da ansammeln und dann gehen wir dem auf den Grund, Stück für Stück und dann entsteht eben genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Dann fangen die Menschen auch immer an zu leben, ihr Leben zu leben, statt immer nur zu reagieren und eben zu überleben. Sie haben einige Bücher geschrieben, was wäre denn so ein Einstiegsbuch zu diesen Themen? Also was ganz gut ist, ich habe mir das heute nochmal so angeschaut, ist Symbiose und Autonomie. Ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Buch, weil es von unseren Bedürfnissen ausgeht. Also wir haben symbiotische Bedürfnisse auf der einen Seite, also nach Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit versorgt werden, eben aufgrund unserer Abhängigkeit. Wir Menschen sind einfach abhängig in verschiedener Form von anderen Menschen und die Abhängigkeit gerade in der Frühphase von der Mutter ist ja enorm und wirklich extrem fast schon. Aber wir sind unser ganzes Leben immer irgendwie abhängig auch von anderen Menschen. Und auf der anderen Seite haben wir Autonomiebedürfnisse, also die Bedürfnisse nach Selbstmachung und letztendlich Bedürfnisse nach Freiheit auch. Also wahrer Freiheit, wirklicher Freiheit. Und ja, in diesem Buch habe ich diese beiden Themen so ausgearbeitet, nach beiden Seiten hin, symbiotische Bedürfnisse, Autonomiebedürfnisse, also was ist da konstruktiv und was läuft in eine destruktive Richtung. Das ist so ein Buch. Dann habe ich Trauma, Angst und Liebe geschrieben, wo ich auch die Psyche, die menschliche Psyche mal zum ersten Mal so definiert habe, so wie ich sie heute damit arbeite. Dann habe ich Mein Körper, Mein Trauma, Mein Ich geschrieben. Da geht es also vor allen Dingen darum, dass man aus körperlichen Symptomen, über körperliche Symptome, ja, also bis hin zu auch schon zu schweren Krankheiten, wenn man da auf die Ursachen kommt, dann auch wirklich Heilungserfolge erzählen kann. Also ein Buch, das habe ich geschrieben, zusammen mit 25 Kolleginnen und Kollegen. Dann habe ich ein Buch geschrieben über frühes Trauma, also wo genau diese vorgeburtliche Zeit, die Geburtsprozesse, die Zeit, erste Lebensjahr, da das zu beleuchten, was kann da alles passieren. Und dann habe ich jetzt das Buch geschrieben, bin ich in der traumatisierten Gesellschaft, wo man auch erkennen kann, wie viele in unserer Gesellschaft traumatisiert wird, wodurch auch Trauma in der Gesellschaft hergestellt wird, auch heute noch, und wie dadurch Täter-Opfer-Dynamiken entstehen, in denen wir uns dann aufreiben können. Und das letzte Buch, das ich jetzt geschrieben habe, heißt Liebe, Lust und Trauma, wo ich das Thema Sexualität, was ist Sexualität, was ist menschliche Sexualität, in den Mittelpunkt gestellt habe. Und da auch eben dann aufzeige, wie kommt es denn zu sowas, dass eben Menschen auch sexuell traumatisiert werden, dass Kinder in Familien sexuell traumatisiert werden. Also das ist da der letzte Stand der Dinge. Das fordert, da merkt man, wie tief Sie im Thema sind und wie lang sie sich wirken. Wenn ich jetzt abschließend eine Frage stellen darf, um noch einmal zurückzukommen, wir nennen ja die Serie Wofür ist es jetzt Zeit, eben gerade in dieser schnellen Veränderung. Wie würden Sie es abschließend die Frage beantworten, wofür ist es jetzt Zeit? Zu sich zu kommen, dass ich zu mir komme, damit ich für meine Mitwelt ein angenehmer Zeitgenosse bin. Schön. Herr Professor, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Ihnen alles Gute und danke für Ihr großes Engagement. Danke, Herr Dicker. Schön. War ein angenehmes Gespräch mit Ihnen. Danke. Wiederhören. Alles Gute. Vielen Dank.